Wissen Sie, was das ist? Sieht wie ein Fabergé-Ei aus. Eins der wertvollen Eier von Carl Fabergé. Es ist aber eine Fälschung. Operation Fabergé. Sie übernehmen die Stelle von 009. Er wurde in Ostberlin tot aufgefunden. Es sind 100 Megatonnen. Die Wirkung ist von einer amerikanischen Mittelstreckenrakete nicht zu unterscheiden. Mr. Bond ist in der Tat ein überaus zäher Vogel. Man muss ihn erlegen und ausstopfen. Sie können doch unmöglich einen Atomkrieg riskieren wollen. Was passiert, wenn die Amerikaner zurückschlagen? Zurückschlagen gegen W. Er schießt den Mann! Von wem haben Sie es denn wiederbekommen? Von einem Komplätzen des Diebes. Sie müssen den Mann verschwinden lassen. Das war uns von einem Euro wird. Gott runter! Hey! Hey!